Hallo Leute, hallo YouTube und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich bin Siamikris und heute möchte ich gerne mal ein Update-Video zu einem Deck machen, welches ich in letzter Zeit sehr viel spiele. Ich finde das einfach geil. Zu Flow Wanderbees habe ich bereits ein Deck der Woche gemacht, aber da sich die Meteor immer weiterentwickelt und wir einen neuen Support erhalten haben, dachte ich mir, ich zeige euch mal hier jetzt meine aktuelle Variante, wie ich das auf diversen Locals oder größeren Turnieren spielen würde. Ich werde mich bei diesem Video etwas kürzer halten, also ich werde es nicht so ausführlich machen, wie ich es beim Deck der Woche üblich machen würde, denn so viel hat sich bei dem Deck jetzt gar nicht verändert. Es hat immer noch dieselben Stärken und Schwichen. Also wer es ausführlicher haben möchte, schaut euch gerne nochmal das Deck der Woche dazu an, beziehungsweise auch gerne den Handtrap-Guide. Die Stärken und Schwächen sind ja wie angesprochen leicht geblieben. Wir sind immer noch nicht auf das Extra-Deck angewiesen, von daher juckt uns der Sens-Lock überhaupt nicht und wir können sehr viel im gegendischen Spielzug interagieren. Problematisch für das Deck ist immer noch die Long-In-Dust-Lanzer und wenn wir unsere hochstufigen Monster nicht rausbekommen, besteht die Gefahr, dass wir recht zügig unsere Life-Points verlieren. Nun möchte ich noch kurz auf die Strategie eingehen und dafür habe ich mir eine coole, kleine Übersicht überlegt, die verdeutlichen soll, wie man das Deck im Groben spielt. Bei der Übersicht gehen wir davon aus, dass wir nur mit einer Karte starten und an sich brauchen wir noch nur eine Karte, um hier voll aufzuspielen. Wir gehen also davon aus, dass wir mit Rotkehler starten. Wir normal beschwören Rotkehler und aktivieren den Effekt von Rotkehler. Rotkehler sucht uns hier ein geflügeltes Monster der Stufe 4 oder niedriger und das ist in dem Fall dann Adlen, denn Adlen brauchen wir, um in unsere hochstufigen Monster zu kommen. Aufgrund des Effekts von Rotkehler können wir dann auch gleich Adlen normal beschwören. Das machen wir selbstverständlich und ersuchen uns unseren Kaizen, den wir wiederum durch den Effekt von Adlen normal beschwören können. Kaizen wird also normal beschworen und die Wanderbriesenmonster kommen ja nicht in den Friedhof, sondern in die Verbannung. Weshalb wir hier jetzt schon das erste Mal Shane blocken können. Das kann das Deck auch sehr gut. Wir aktivieren also den Effekt von Kaizen als Shane-Link 1 und aktivieren den Effekt von Adlen als Shane-Link 2. Rotkehler lassen wir noch in der Verbannung liegen. Der Verbannungseffekt der kleinen Vögel von Wanderbriesen sagt nämlich aus, dass sollte ein geflügeltes Monster normal beschworen werden, dürfen wir uns die Wanderbriesenvögel wieder der Hand hinzufügen. Das ist aber alles ein Once per Turn. Das machen wir wie gesagt mit Adlen und mit Kaizen suchen wir uns eine Trap oder Spell. In dem Fall könnte das natürlich die Field Spell sein oder aber die Trap. Wir entscheiden uns hier für die Trap, weil wir damit safe im genischen Spielzug dann eine Normalbeschwörung machen können. Aber bedenkt nur in der Main Phase. Und in der Main Phase unseres Gegens wollen wir auch gleich mal weitermachen. Wir aktivieren die träumende Stadt und normal beschwören Adlen aus der Hand. Aktivieren seinen Effekt und Shane blocken diesen mit Rotkehler. Von daher kriegen wir Rotkehler auf die Hand und können uns wieder ein hochstufiges, geflügeltes Ungeheuer durch Adeln suchen. Das ist jetzt in dem Fall der Gold Adler. Das könnte natürlich auch Reiser der Megamonage sein. Anschließend normal beschwören wir dann Rotkehler, um uns dann wieder ein geflügeltes Monster in Stufe 4 unserer Hand hinzuzufügen. Und das wird dann unsere Barriere-Statue sein. Und dann haben wir zwei Optionen. Entweder normal beschwören wir dann unsere Barriere-Statue oder wir normal beschwören unsere Gold Adler. Wie gesagt, je nachdem auf was wir treffen, würden wir natürlich die eine oder andere Option nehmen. Sollten wir uns für unseren Gold Adler entscheiden, bekommen wir natürlich unseren Adeln wieder auf die Hand. In den meisten Fällen werden wir uns für die Barriere-Statue entscheiden, denn diese lockt ja unseren Gegner in Wind. Das heißt, er kann nur noch Windmonster spezial beschwören. Die Barriere-Statue kann unter anderem dafür sorgen, dass wir das Duell gleich gewinnen oder er verschwendet seine Battle Phase, um dann gegebenenfalls die Barriere-Statue wegzuräumen. Aber nichtsdestotrotz haben wir dann immer noch Kaizen auf dem Board. Und Kaizen sagt ja aus, dass Monster, die in Angriffspositionen spezial beschworen werden, ihre Effekte nicht nutzen können. Das heißt, Link-Monster sind uns komplett wurscht. Das ist die grundlegende Strategie des Decks. Wir wollen unserem Gegner das Leben so schwer wie möglich machen durch diverse Logs. Das soll jetzt der kurze Ausblick gewesen sein. Jetzt kommen wir gleich zum Deck-Profil. So, meine Lieben, jetzt kommen wir erstmal zum Deck-Profil. Main Deck, Extra Deck, Side Deck. Die beiden packen erstmal weg. Und wir beginnen beim Main Deck. Und da spielen wir dreimal Wanderbrise und Rotkehler. Rotkehler lässt uns ja ein geflügeltes Monsterstufe 4 suchen, also auf die Hand suchen. Und alle kleinen Wanderbrisen-Vögel können sich aus der Verbannung wieder unserer Hand adden. Das ist aber alles once per Turn. Dann dreimal den Adlin. Der sucht uns ein hochstufiges geflügeltes Ungeheuer-Monster. Der Stufe 7. Da sind wir also ein bisschen anfällig. Der muss durchgehen, weil mit den kleinen Vögeln machen wir halt gar nichts auf dem Board. Dann noch zweimal Wanderbrise und Strau. Diese Karte muss etwas von einem Friedhof verbannen, egal ob von unserem Friedhof oder vom Gegnerischen. Und erst dann dürfen wir eine weitere Normalbeschwörung durchführen. Sehr gutes Out gegen den DPI, beziehungsweise gegen sehr viele Friedhofseffekte, die vielleicht triggern könnten. Mega stark. Wirklich, wirklich starkes Monster. Und als One-Off spielen wir Wanderbrise und Tuckern. Diese Karte erlaubt es uns, eine Wanderbrise-Karte in der Verbannung zu wählen und wieder unsere Hand hinzuzufügen. Soll das durchgehen, können wir dann auch wieder eine weitere Normalbeschwörung machen. Dann zweimal das Boss-Monster. Wanderbrise und Kaizen. Den könnte man auch auf Eins spielen. Das habe ich ja bei meinem Deck der Woche gemacht. Da habe ich den nur auf Eins gespielt. Oftmals ist es so, dass man ihn eigentlich auch nur einmal rausbringt. Also es ist nice, ihn zweimal zu haben, falls er einmal im Friedhof liegt und man kommt jetzt nicht drum rum, ihn da irgendwie in die Verbannung zu packen, dass man ihn vielleicht mit Tuckern dann seine Hand wieder adden kann. Aber an sich könnte man ihn auf Eins spielen. Für die Konsistency mit der neuen Spell, die wir bekommen haben in Burst of Destiny, fühlt sich das für mich aber konstanter auf Zwei an, weil wir ihn ja dann auch als valides Target noch nehmen können. Dann spielen wir einmal den Nebetal Gold Adler. Ein Omni-Negate. Kein One-Spot dran. Mega stark. Wir könnten ihn ja theoretisch sogar öfter rausbringen. Und er kann einmal pro Spielzug alles negieren. Er muss sich dafür aber auf die Hand geben. Und zugesetzt noch einmal Reiser, der Mega-Monarch. Gute Karte. Wenn wir ihn normal beschwören und es sollte sogar ein Windmonster dabei sein, dürfen wir bis zu drei Karten hochgehen. Einen auf dem Board, einen im Friedhof, egal welcher Friedhof und zusätzlich, wie gesagt, wenn wir ein Windmonster mit tributiert haben, noch irgendeine andere Karte. Das zusätzliche Target ist meistens er selber, weil wir ihn öfter rausbringen könnten. Weil wenn wir ihn einmal im Friedhof haben ohne eine Verwandlung, kriegen wir ihn nicht nochmal wieder. Dann kommen wir zu den Zauberkarten. Dazu packe ich das jetzt mal kurz beiseite. Da spielen wir dreimal Wanderbrise und die großartige Karte. Mega gute Karte. Also super stark. Wir können einen Wanderbrise-Monster Stufe 1 in unserer Hand vorzeigen und dürfen dann ein Wanderbrise mit einem anderen Namen von unserem Deck verbannen und dann dieses vorgezeigte Monster normal beschwören. So kommt man eigentlich gleich in Seite. Entweder verband man gleich Rotkeler oder Adlen, je nachdem, was man dann braucht, um dann weiterspielen zu können. Also das ist super, super stark und das ist ja noch nicht alles, was die Karte kann. Denn diese Karte erlaubt es uns sogar, wenn unser Gegner einen Normalbeschwung durchführt, ebenfalls einen Normalbeschwung durchzuführen. Das ist einfach stark. Das ist einfach wirklich, wirklich stark, weil so können wir im gehnischen Zug extrem viel machen. Und die neue Karte, Wanderbrise und der Beginn des Abenteuers spielen wir ebenfalls auf 3. Diese Karte erlaubt es uns, eingeflügeltes, ungeheuer von unserer Hand oder offen von unserer Spielfeldseite zu verbannen und dann dürfen wir uns einen Wanderbrise im Monster oder die Spielfeld-Zauberkarte unserer Hand hinzufügen und weil das noch nicht reicht, kriegen wir einfach noch 500 Lebenspunkte geschenkt. Manchmal ist das echt random, warum man hier Lebenspunkte bekommt beziehungsweise Lebenspunkte abziehen kann vom Gegner. Mensch, Mensch, das hat echt zugenommen in der Geschichte von Konami. Diese Karte hat es echt in sich, denn diese Karte erlaubt es uns, nämlich Handwerbs wie Impermanence oder Effekt-Wähler zu dodgen. Also wirklich mächtig. Gute, gute Karte. Dann spielen wir noch als One-Off die Wanderbrise und die unbekannten Winde. Die ist so OP, die Karte. Also die ist super, super stark. Denn diese Karte erlaubt es uns, nämlich eine Karte unseres Gegners ebenfalls als Tribut anzubieten, sofern wir ein Monster mit zwei Tributen beschwören wollen. Und ja, ihr habt richtig gehört, irgendeine Karte. Das ist einfach mal richtig stark, weil wir dadurch theoretisch Skill-Drain weglegen können. Wir könnten damit go as a match weglegen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also es muss nur irgendeine Karte sein und der Gegner kann ja darauf nicht reagieren. Wir aktivieren diesen Effekt nicht und das stärkste an dem Effekt ist sogar, dass er nicht once per turn ist. Das heißt, wir können das immer wieder machen. Das ist so unglaublich unfair manchmal auch. Also das ist einfach stark. Und die Karte kann ja noch was. Aber dieser Effekt ist once per turn und geht auch nur in der Mainphase. Wir können zwei geflügte Ungeheuer Monster in unserer Hand vorzeigen und dürfen diese dann unter das Deck packen in einer Reihenfolge, wie wir sie bestimmen wollen und dürfen dann zwei Karten vom Deck ziehen. Auch gut. Auch gut, um die Hand vielleicht ein bisschen leerer zu bekommen beziehungsweise vielleicht, um Bricks sogar rein zu mischen. Ach, einfach stark. Einfach stark. Und wir spielen dann noch zu guter Letzt einmal die Trap, Wanderbrise und die Träumenden Stadt. Denn diese Karte erlaubt, dass uns während der Mainphase eine Normalbeschwörung eines geflügten Ungeheuers der Stufe 4 oder niedriger durchzuführen. Meistens Rotkehler oder Adlin, damit man gleich ein bisschen weiterspielen kann. Und sollte sich diese Karte im Friedhof befinden und wir machen eine Tributbeschwörung mit einem Monster der Stufe 7 oder höher, dürfen wir diese Karte verbannen und dann werden alle Monster uns gegen das gebuckt, sofern sie natürlich zu booken sind. Linken Monster funktioniert natürlich nicht. Aber auch der Effekt ist so heftig. Das ist krass. Vor allem, wir können sie dann mit Tuckern wieder aus der Verbannung unserer Hand hinzufügen. Das heißt, wir können das immer wieder machen und das macht die Karte so stark. Das war es jetzt mit der Wanderbrise im Engine. Dann als Handflap spielen wir tatsächlich nur eine und das ist der Dimension Shifter. Diese Karte gewinnt Spiele, denn sie sagt aus, dass jede Karte, die auf dem Friedhof gelegt werden würde, stattdessen verbannt wird. Und das tut sehr vielen Decks weh. Uns halt gar nicht. Überhaupt nicht. Wir freuen uns darüber. Wir können diese Karte sogar noch recyceln mit dem Reiser der Mega Monarch, weil wir eine Karte aus dem Friedhof wieder aufs Deck legen können und das wäre dann theoretisch eher, das ist auf jeden Fall möglich, dann ziehen wir ihn nach und können ihn vielleicht gleich nochmal aktivieren. Auch das ist richtig, richtig gut. Für die Consistency spielen wir einen Dreimator der Gegensätzlichkeit. Wir können bis zu drei Karten ausgraben und uns dann eine davon hinzufügen. Wir dürfen auch für den Rest keine Spezialbeschwung mehr durchführen. Stört uns aber nicht, weil wir nur Normalbeschwung machen. Top des Wohlstands. Richtig gute Karte in den Deck, weil wir das Extra Deck so gut wie gar nicht brauchen. Wir verbanen entweder drei oder sechs Karten vom Extra Deck und dürfen dann die gleiche Anzahl, die wir verbannt haben, von unserem Main Deck ausgraben und dürfen uns dann eine dieser Karten hinzufügen. Der Rest kommt dann unter das Deck wieder in einer beliebigen Reihenfolge und wir dürfen dann für den Rest dieses Spielzugs keine Karten mehr ziehen. Das beißt sich also ein bisschen mit unserer Spell, was aber jetzt nicht so tragisch ist und unser Gegner würde für den Rest dieses Spielzugs nur die Hälfte des Damages kassieren. Das ist aber auch, wie gesagt, nicht weiter tragisch, weil wir hier sowieso kein OTK setzen können. Dann spielen wir dreimal Buch des Mondes. Damit können wir ebenfalls Handtaps wie Impermanence und Effect Raider dodgen und auch für Going Second ist das keine schlechte Alternative. Und wir spielen dann noch für Going Second dreimal kein dunkler Herrscher mehr. Falls wir den Würfelbuch verlieren, haben wir vielleicht gleich was um Bord zu brechen und wir spielen ja nicht weitere Handtaps, von daher können wir damit den Gegner komplett hops nehmen vielleicht. Und als One-Offs spielen wir Goldsakophark vom Grab berufen und Landform für die Fieldspell Handtaps. Mit Goldsakophark können wir eine Bannerriesenkarte theoretisch ja verbannen, auch Monster und wenn wir dann eins auf der Hand haben, könnten wir das aus der Verbannung unserer Hand gleich wieder hinzufügen. Also auch das ist eine sehr gute Karte hier in dem Deck und zu guter Letzt natürlich unser Barriere-Log, die Barriere-Statue der Sturmwinde. Gute Karte, kriegt man relativ zügig raus. Michtig, einfach wirklich, wirklich mächtig. Dann machen wir jetzt weiter mit unserem Extra-Deck und das könnt ihr tatsächlich zusammenstellen, wie ihr wollt. So, beim Extra-Deck spielen wir einmal Lyrik-Lieder, Vogel, Vortragender Star und zweimal die Nachtigall. Falls wir vielleicht doch mal in Zeus gehen müssen, nur deswegen haben wir die eigentlich drin und damit Zeus noch mehr Materialien hat, noch die betäubende Magierin und dann wie gesagt Zeus zweimal, damit wir halt auch Felder clearen können. Und weil wir ja Kai'sen spielen und der ist ein Stufe 10-Monster, spielen wir sogar einmal den Super-Kanonen-Panzerzug sowie Juggernaut. Auch das ist tatsächlich möglich. Wir könnten tatsächlich im genischen Zug den zweiten Kai'sen mit aufs Board bringen. Das geht natürlich nur, wenn ihr zweimal Kai'sen spielt. Entscheidet ihr euch dafür, Kai'sen nur auf 1 zu spielen? Könnt ihr das nicht spielen? Könnt ihr dann vielleicht noch ein paar Link-Monster spielen? Eventuell für Dogmatiker, falls man auch darauf treffen sollte. Denn das tue ich nämlich auch. Ich habe dafür einmal den Schu-Reik drin. Falls ich wirklich auf Maximus treffen sollte, dann kann ich ihn weglegen. Ich könnte natürlich auch den Nova weglegen, den ich auch drin habe, der mir dann wiederum den Mecha-Bar aufs Board holt. Und ich habe auch zweimal die Entes drin sowie einmal den Omega. Das sind alles valide Targets, falls man eventuell doch mal gegen Invoke Dogmatiker spielen sollte. Ja, und dann schauen wir uns noch kurz mein Side-Deck an. Da spielen wir zweimal Nibiru das Urwesen. Immer noch eine mächtige Karte gegen sehr viele Combo-Decks, die vielleicht nicht sofort auf ihr Omni-Gate bekommen. Dazu spielen wir noch dreimal Droll und Lockbird. Ebenfalls richtig gute Karte. Viele Decks suchen sich halt sehr viel auf ihrer Hand. Das unterbindet er. Sollte aus meiner Sicht in jedem Side-Deck zu finden sein, wenn sie nicht im Main gespielt wird. Und jetzt kommt das Beste, was mir wirklich sehr gut an dem Deck gefällt. Wir können hier dreimal Regeki spielen. Und das feiere ich einfach. Also dreimal Regeki zu spielen, wer hätte gedacht, dass man dazu mal kommt. Also ich nicht. Dann noch für Beko dreimal den Twin-Fister. Weil dieses Diskan tut uns jetzt nicht so weh, weil wir mit Wanderbrise und Strau ja auch die Wanderbrisen-Karten eventuell verbannen können, um diese dann zu adden. Also das ist eine Möglichkeit. Und dann noch einmal den Harpien-Flederwisch. Kostet uns gar nichts. Und zu guter Letzt ein Auto-Wind-Button, den Harpien-Federsturm. Der kommt einfach so stark in den Weg. Unser Gegner kann ganz oft nichts machen dann. Ach, Traum. Diese Karte ist echt ein Traum. Gut, dann würde ich sagen, räume ich schnell zusammen und dann kommen wir mal zu einem kleinen Kombo-Video. So Leute, willkommen zum Kombo-Video und da wollen wir mit der One-Kart-Kombo starten. Wir normalbeschwören Rotkehle und Rotkehle erlaubt es uns, ein geflügeltes Monster Stufe 4 oder Nidria unserer Hand hinzuzufügen. Das ist dann Adlen. Und Adlen normalbeschwören wir dann ebenfalls. Durch den Effekt von Rotkehle dürfen wir eine weitere Normalbeschwörung durchführen und aktivieren seinen Effekt und fügen uns unseren Kaisen hinzu. Dann tributieren wir die beiden, weil wir dürfen jetzt wieder eine weitere Normalbeschwörung durchführen für unseren Kaisen und nutzen seinen Effekt und Shane blocken ihn mit Bannerbrise und Adlen. Also Shane-Link 1 und Shane-Link 2. Er kommt wieder auf unsere Hand und wir dürfen uns eine Spellabber-Trap suchen. Je nachdem, was ihr natürlich auf der Hand habt, sucht ihr euch entweder die großartige Karte oder ihr sucht euch die Fallenkarte. Das müsst ihr dann immer intuitiv entscheiden. Wir nehmen jetzt natürlich die Fallenkarte in unserem Fall, weil wir ja diese Wand-Karte-Kommunur haben. Wir setten diese und würden jetzt an den Gegner abgeben. Sobald unser Gegner dann in die Main Phase 1 eintritt, aktivieren wir unsere Fallenkarte und normalbeschwören dann Adlen und nutzen dessen Effekt sowie den Effekt von Rotkehle, also Shane-Link 1, Shane-Link 2. Rotkehle kommt wieder auf die Hand und wir suchen uns ein weiteres hochstufiges Monster und je nachdem, was unser Gegner eventuell schon gemacht hat, holen wir uns den Reiser oder wenn wir wissen, wir spielen jetzt gegen ein Beko-Deck, dann holen wir uns den Nebeltal-Goldadler auf die Hand. In unserem Fall ist der Nebeltal-Goldadler, weil wir ja nicht wissen, gegen was wir jetzt spielen. Wir machen das ja auch nur fiktiv. Wir führen jetzt eine weitere Normalbeschwörung durch und das ist dann Rotkehle und diese sucht uns unsere Barriere-Statue. die wir dann ebenfalls Normalbeschwörung durch den Effekt von Rotkehle. Das ist richtig schwierig zu brechen für viele Decks. Ich habe ja mal Base gespielt und da hatte ich extreme Probleme gegen dieses Deck an sich, weil dieser Lok mich einfach total zerfickt hat. Ja, Barriere-Statue zwingt den Gegner seine Normalbeschwörung durchzuführen und gegebenenfalls schon anzugreifen, damit er die los wird und eventuell hat er gar nichts auf der Hand, womit er dann Normalbeschwörung kann bzw. braucht er ein Monster, welches 1000 ATK oder mehr hat. Also von daher könnte das schon ein Auto-Win-Button sein. Aus meiner Sicht ist dieses Deck sehr konstant und um das zu beweisen ziehen wir jetzt gleich mal eine Random Hunt und wir ziehen random 5 Karten. Dark Order No More, Landformen, Wanderbrise und der Beginn des Abenteuers, den Kaiseln und Tukern. Die Hand ist tatsächlich, so sieht sie erstmal nicht so doll aus, aber mit der kann man sehr viel anstellen. Wir aktivieren zuerst mal Landformen und suchen uns unsere Field Spell. Die aktivieren wir auch gleich und aktivieren als nächstes dann noch Wanderbrise und der Beginn des Abenteuers. Bezahlen unsere Kosten, das ist in dem Falle der Kaiseln, den verwandeln wir hier, damit ihr es besser seht und suchen uns auf unsere Hand unsere Rotkehler. Aktivieren nun den Effekt von der großartigen Karte, zeigen Rotkehler vor und banischen Adlen. Dadurch dürfen wir eine weitere Normalbeschwung durchführen und das ist dann Rotkehler-Effekt und Shining 2 ist Adlen, kommt wieder auf unsere Hand und Rotkehler sucht uns jetzt schon mal unsere Barriere-Statue. Machen dann eine weitere Normalbeschwung zu Adlen und nutzen dessen Effekt und suchen uns schon mal unser erstes großes Monster, Nebeteil Goldadler. Hätten jetzt auch theoretisch den Wanderbrise und Kaiseln suchen können, weil dieser ja nicht bei uns per Turn ist tatsächlich, aber den kriegen wir gleich anders und zwar machen wir jetzt eine weitere Normalbeschwung und nutzen seinen Effekt, targeten den Wanderbrise und Kaiseln und fügen uns diesen in unserer Hand hinzu und machen jetzt eine weitere Normalbeschwung und tributieren Ne, Adlen haben wir geholt, genau, aber trotzdem Adlen tributieren wir trotzdem die beiden und normalbeschwüren Wanderbrise und Kaiseln nutzen jetzt den Effekt von Rotkehler und also aktivieren es den Effekt von Kaiseln und Shining 2 ist Rotkehler, kommt wieder auf unsere Hand und Kaiseln sucht uns. Jetzt könnt ihr tatsächlich überlegen, wollt ihr eher die Karte haben, weil ihr wisst, ihr zwingt den Gegner zu einer Normalbeschwörung oder sucht ihr euch lieber, um nochmal sicher zu gehen, die verträumende Stadt. Ich würde mir lieber die träumende Stadt suchen, um, wie gesagt, auf Nummer sicher zu gehen. Hier fügen wir unsere Hand hinzu und wir dürfen ja eine weitere Normalbeschwörung machen. Das ist dann schon mal unsere Barriere-Statue. So, jetzt haben wir echt ein gutes Board. Kaiseln lockt den Gegner schon mal, dass er den Monster, die in Angriffspositionen spezialbeschworen wurden, nicht mehr ausführen kann und Barriere-Statue zwingt ihn theoretisch nur noch Windmonster spezial zu beschwören. Dann setzen wir noch unsere Trap und würden dann schon an unseren Gegner abgeben. Ja, das kann sich durchaus sehen lassen. Lässt uns etwas Normalbeschwören, wenn unser Gegner etwas normalbeschwört und wir können das noch selber triggern mit unserer Trap an sich. Also ich glaube, dass das schon echt ein gutes Board ist. Da kann man sich nicht beklagen. Wie findet ihr das Deck mit dem neuen Support? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wie findet ihr das Deck im Allgemeinen? Also aus meiner Sicht ist das wirklich ein Deck, welches man nicht unterschätzen sollte, vor allem wegen des Barriere-Locks. Ich finde das super mega stark. Jo, ich hoffe, das Video hat gefallen. Dann lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, macht's gut, haut da rein, ciao! Bis zum nächsten Mal.